Hallo Leute, heute habe ich einen schnellen Raid für euch auf Customs. Ich war dabei, Rishala zu jagen für die 15 mal jeden Scafboss-Killen-Quest für das Predator-Shirt. Und ja, ich habe in die 3 Adoms geschaut, gehofft, dass Rishala da ist. Leider war er nicht da, aber dafür die ein oder andere PMC und ich musste mich ein bisschen selbst verteidigen. Aber ja, viel mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Es ging auf jeden Fall zur Sache. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash Outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description und im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Viel Spaß. So, dann müssen wir hier mal die Mitte auf Stop. Wir haben nicht echt schnell reingeladen. Oha. Könnten die gut sein oder Rishala. Die Shots waren irgendwo da hinten, wo ich hin will. Ja. So. Oh boy. Oh boy. Ich glaube, er ist nicht hier. Ich glaube, er ist nicht hier. Was macht ihr da hinten? Ja. 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 Schnelle Runde, hm? Kannst machen, Over. Morgen ist Freitag. Auf geht's. So. Okay, schade. Das ist ein Thumbnail für YouTube. Over, macht die immer. So. Wie viele Kills waren das jetzt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist meine Weekly fertig. Wenn mich nicht alles täuscht, oder? So, Halloween-Kürbis. Ah, hat wehgetan, ne? Ich weiß. Okay. Habe ich schon den Kürbis geholt? Ne. Das ist der erste, den ich finde. Machen wir gleich noch auf. Habe ich den hier draußen auch? Das ist die Frage. Wer meint, ich hätte was Steppen hören. Why are you running? Okay. Oh no. Oh, ich weiß, warum er tot ist. Geflippte Granaten, ey. Tödlich. Das macht man halt auch nicht, ne? Den hier habe ich nicht. Den draußen brauche ich halt noch, ne? Der liegt halt so göttlich scheiße zum Looten, ne? Meine Rüstung ist auch im Arsch. Oi, boy. Okay, wir gehen. Scheiß drauf. Ah, den haben wir ja auch hier, ne? War es meiner? Ne, war nicht meiner. Einmal kurz in die Doms gerusht, ne? Der Schalter war leider nicht da. Ja, die ganze Runde war halt, ne? Rishala hat halt echt gefehlt. War überhaupt keine Action in den Doms. Wenn Rishala nicht da ist. So, Peer Boat. Äh, nicht Peer Boat. Smugglers Boat. Wie wär's? Und uns zwei? Ne, schade. Dass mein Hintern leuchtet, ne? Das ist auch nicht gut. Aber Quark, schlaf gut. Man sieht sich. Das ist auch nicht. Echt jetzt? Come on. Egal, aber trotzdem. Hallo, YouTube. Mach mal trotzdem, hallo, YouTube. Waren bloß vier Kills? Ich dachte eigentlich, es wären fünf gewesen. Egal. Oh, ärgerlich. Ärgerlich. Ohne Mist, hockt da drüben noch einer und snipet durch die Gegend. Die ganze Runde ist doch schon lang gelaufen. Na gut, ich war echt schnell. Was willst du machen? Was willst du machen? Er war einfach der bessere Spieler. Einfach der bessere Spieler. Mach mal hier einen Marker. Macht mal hallo, YouTube im Chat. Oh, na ja. Oh, na ja. Na ja. Schnell mal in die Doms gerusht. Für Rechala, aber es passiert halt, ne? Er hat auch keine Rüstung mehr, deswegen. Der zweite Schuss war halt dann direkt tödlich. Machst du nix? Machst du nix? Oh, das war ja. Das war ja nicht so ein krasses Hallo, YouTube. Das hat er mich geholt. Mit BP, okay. Das war ja nicht so ein krass. Und ich bin counting days To get away To see you again See you again Been fighting ways To get away To see you again See you again Vielen Dank.